Yomu könnten wir machen. Wobei... Nein, Yomu, 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 Sakura, Yomu, Sakura, Yomu... Einer von den beiden will ich machen. Ich will... Ne, nicht Sakura, Sakuja. So, ich mach Saku. Okay, Saku. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Und ich glaub, hier erwartet mich doch auch so ne... So ne... Jawoll, ich wusste es, ich wusste es. Und ich hasse sie. Weil ich gegen die gerne mal ein paar Waffen ausprobieren würde. Ich mein, so als Miniboss müsste sie doch eine Schwäche haben. Nein. Nein, 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 nein. Keine Gegner. Für den... Och Gott, nein. Der trifft mich, ne? Das war so... Kla... Hahahaha. Metal. Metal tot. Boss Tür. Ach nein. Eingang. Verdammt. Warum keine Boss Tür? Das wäre so ein schönes Level, wenn ich da jetzt fertig wäre. Aber nein. Och Gott, nein. Ich erinnere mich. Das ist das Level mit den fahrbaren Stachelplanschen. Nein. 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 Nein, 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 nein. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab keine Lust mehr auf dieses Level. Und, bums. Au. Tschüss. Bällchen. In your face. Und runter da, und runter da. Und ihr seid Springer. Kann ich euch so mit dem Ball treffen? Bums. Hey, kann ich. Komm, fahr runter. Fahr runter. Nein, fahr nochmal runter. Bitte, fahr nochmal runter. Ah, Metal. Wie soll ich euch nicht gesehen? Weil ich total blöd bin. Bums. Nein, falscher Charakter. Oh Gott. Irgendwie bist du da unten total fehlplatziert. Ich weiß nicht, was du da machst. Ui. Ui. Bleib weg. Okay. Okay. Was haben wir hier? Hops. Hops. Och. Hops. Hops. Und da hoch. Und. Äh. Äh. Wo kommst du näher? Nein. Verdammt. Kann ich da durch die Lücke irgendwas durchfeiern? Nein. Natürlich nicht. Hahaha. Nein. Äh. Bombs. 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 Aber ich kann die Richtung lenken. Schöne Erkenntnisse, die ich hier mache. Und ich hasse euch, Plattform. Zack, Bombs. Zack, Bombs. So. Oh Gott, ich erinnere mich gerade an dieses Level. Und warum ich es so gehasst habe. Habe ich es gehasst? Ja. Das Lied war schön, aber das Level habe ich gehasst. 4, 1, 2, verfickt nochmal. Ist mir gerade auch egal. Ich will da einfach nur noch sicher durch. Und ich will irgendwie die beiden erledigen. Du bist tot. Du auch. Und jetzt habe ich ein Problem. Und ich kann da nicht. Ja. Ja, gut. Leben. 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 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und ich will da hoch. Das sieht mir sympathischer aus als das andere. Deswegen nutzen wir den Besen. Haha. Verdammt. Ich kenne meine Tricks. Und das war blöd. Das war total überflüssig. 4, 1, 2, 3, 4. Und ich will einen meiner Charaktere heilen. Und ich glaube, ich weiß auch wenig da nehme. Zack, Bombs. Zack, Bombs. My Witter. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ich bin drüber. Wuhu. So, die beiden blauen da gefallen mir gerade. Nein, spring. Gar nicht. Aber jetzt kommt der Teil, den ich noch weniger mag als alles andere in diesem ganzen... Da. 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 Ich gucke mir das Ganze jetzt erstmal an. Also. Hier in der Mitte tauchen zwei auf. Da tauchen zwei auf. Da tauchen zwei auf. Da tauchen zwei auf. Da wieder, da wieder, da wieder, da wieder. Da wieder, da wieder, da wieder. Ähm. Äh. 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 Hä? Okay, lasst mich was ausprobieren. Ich will hier drauf. Will ich da drauf. Und dann... Autsch. Ja. Nein. Ja. Ja. Der traue ich so. Überhaupt nicht. Flieg mein Wesen. Uh. Okay, Raben. So, kletter, kletter, einfach, kletter, einfach, kletter, einfach, kletter, 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 kletter. Wir sind auf dem Schloss. Und wer erwartet uns? Wer erwartet uns? Natürlich. Die komplette Heilsarmee. Oh Gott. Yeah, wir sind... Bums. Zack, zack. Diese Waffe ist so genial. Zack, 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 zack. Glaubt gar nicht, wie geil das Waffe ist. Und der glaubt gar nicht, wie sehr ich diese Bücher hier überhaupt nicht vermisst hab. Und trotzdem. Bist du tot. Und jetzt, äh... Wie viele Leben... Oh, ich hab alle mein Leben noch. Ich würde sagen, ich finde erstmal die Schwäche von ihnen heraus. Die will mir gar nicht gefallen. Okay. Das ist deine Schwäche. Scheinbar nein. Nein, das ist nicht deine Schwäche. Äh, irgendwie verwirrst du. Das ist auch nicht deine Schwäche. Frist. I has found Schwäche. Ich bin gerade sprachlos. Ich bin... Wer kriegt diese Waffe? Kriegt Alice die Waffe? Oder gebe ich sie mal wasser? Alice? 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 Ich würde sagen... Ja, komm, nimm du es. Booms. Jawohl, Leute. Marissa hat ihre dritte Waffe. Wir bekommen. Was bekommen wir? Wir bekommen. Die. 1000 Knives. Geil. Das klingt schon richtig schön. Das klingt nach einer Waffe. Oh, yes. Jetzt treten wir den... In den Arsch, Yomu. Jetzt treten wir den Arsch. Jetzt... Jetzt reicht's mir.